Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft auf einem Bauerhaus hier heute? Pfingsten. Konfirmation. Heute haben wir Gäste. 11.30 Uhr sollten die kommen. Unsere neue Bar ist bereit. Ja, wir freuen uns. So, Smoker ist auch angefeuert. Heute Mittag kommt der Metzger und grilliert für uns. Ja, aber auch gibt's draussen und Essen im Keller. Ja, wir freuen uns. So, es ist jetzt Sonntag, halb sieben. Die Gäste sind etwa um 4 Uhr gegangen und jetzt habe ich da für uns den Grill angeschmissen und trinke ein Bier. Und es ist ein alkoholfreies, ein Appenzeller mit 0% Alkohol. Jawohl!